Es ist nicht verwunderlich, die Mannschaft hat eine hohe individuelle Qualität und einen ganz eigenen Stil zu spielen, einen sehr intensiven Stil. Ich finde, dass Bayer immer in der Lage ist, auch in der letzten Saison, in den letzten Jahren eine Serie zu starten, auch eine positive Serie zu starten. Es ist ein Spinnemoment mit viel Vertrauen. Wenn es eine Mannschaft gibt, die wirklich auf Zweikämpfe aus ist, die unglaublich intensiv spielt, die dich nie in Ruhe lässt, die uns körperlich bis ans Limit fordern wird, dann ist es Leverkusen. Wir erwarten dementsprechend intensives Spielen, schweren Gegner und erneut ein Spiel auf dem höchsten Niveau. Manni hat jetzt seinen ganzen Aufbau dahin geleitet, dass er morgen zur Verfügung steht und das ist eine große Freude für mich und eine große Freude für die Mannschaft. Ich habe es in der Echtzeit Gott sei Dank auch nicht gesehen und habe es mir in der Zeitlupe nicht mehr angeschaut, als ich gesehen habe, als das Bein kam und im Fernsehen nicht mehr angeschaut. Aber wir sind sehr froh, dass wir da glimpflich aus der Sache rausgekommen sind und Marco geht es gut und stand jetzt trainiert er nachher.